Na, ich erst. Oh, yes! Das ist cool. Ich presse mal F5. Das Commonwealth sieht von hier oben ganz anders aus, was? Es erstaunt mich immer wieder, wie sehr sich die Wahrnehmung des Schlachtfelds verändert, sobald man in der Luft ist. Diesen Vorteil werden wir brauchen, wenn wir gegen das Institut bestehen wollen. Sie haben bereits gezeigt, dass sie uns technologisch überlegen sind. Das bedeutet, wir haben keine Ahnung, was für Waffen ihnen noch zur Verfügung stehen. Hoffentlich werden unsere Luftüberlegenheit und unsere taktische Erfahrung diesen Nachteil ausgleichen. Jetzt müssen wir sie nur noch finden. Und ich wette, ältester Maxon wird einen Plan ausgearbeitet haben, wenn wir ankommen. Ne, die sind... Oh, ist das cool, Alter. Oder was? Ist das cool? Oh, das ist so cool. Ich wünschte, jeder dort unten würde unsere Sache unterstützen, aber die Leute sind von Gerüchten und Fehlinformationen geblendet. Sie verstehen nicht, dass die stehlerne Bruderschaft die letzte Hoffnung für das Commonwealth ist. Das Leben jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes dort unten ist nun bedroht. Sollten wir versagen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Gegner die Bevölkerung bezwingt. Das Commonwealth zu säubern ist unsere Pflicht und ich werde gern mein Leben geben, wenn es uns den Sieg bringt. Ach. Ganz schön Märtyrer denken, oder? Und jetzt soll ich sie nur noch Fragen beantworten? Oh, das ist viel zu cool. Ich kann damit nicht umgehen. Oh. Da ist sie doch. Ich denke mal, wo übelste Scheinwerfer seht ihr das? Die detektieren quasi alles, was sich bewegt wahrscheinlich. Und dann können die Knarren natürlich logischerweise drauf schießen. Bei Gelegenheit muss ich Sanctuary mal weiter ausbauen. Ich glaube, das mache ich demnächst mal, wenn ich Zeit habe. Luca. Ich glaube, das ist ein bisschen der Boss-Torn. Wir sind in Boston. Ich glaube es. Alter, wo wollt ihr... Ach, ihr wollt in das fliegende Schiff. Das ist... Ah, da oben. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich weiß gerne mal, wo die das ganze Benzin herkriegen für den Scheiß. Ich hab mal gespeichert. Ich bin bereit, ja, durchaus. Was ist das denn? Oh Gott, ist das creepy. Ich würde, ich möchte auch aussteigen. Alter. Oh Freunde, ehrlich. Ihr seid solche Bodyblockers. Ausweg. Erlaubnis an Bord kommen zu dürfen, Sir. Erlaubnis erteilt. Willkommen zurück, Paladin. Lass mich der Erste sein, der dir zum erfolgreichen Abschluss deiner Mission gratuliert. Und das ist unser neuer Rekrut? Ja, Sir. Ich hab sie im Feld zum Anwärter befördert und möchte ihre Aufnahme persönlich unterstützen. Ja, wir haben deine Berichte gelesen. Es wird dich freuen zu hören, dass ältester Maxim deinem Antrag stattgegeben hat. Der Rekrut untersteht deinem Kommando. Danke, Sir. Wie lauten meine Befehle? Du sollst auf der Pridlin bleiben und weitere Anweisungen abwarten. Sehr gut, Sir. Ad victoriam, Captain. Ad victoriam, Paladin. So, so. Du bist also der Zivilist, die ihn Paladin Dance unter seine Fittiche genommen hat. Du siehst mir nicht gerade nach einem Soldaten aus. Tut mir leid, dich zu enttäuschen. Es tut dir leid? So etwas höre ich normalerweise nicht von einem Soldaten. Wenn du dir einen Platz unter den Besten verdienen willst, musst du etwas harter ihm nehmen werden. Ich habe mir Paladin Danzes Bericht angesehen. Er glaubt, dass du eine Bereicherung für die Bruderschaft sein wirst. Vielleicht denkst du, dass eine solche Empfehlung dir einiges an Spielraum bei uns einbringt. Also lass mich eine Sache klarstellen. Die stählerne Bruderschaft ist ins Commonwealth gekommen, um ein bestimmtes Ziel zu erfüllen. Als Kommandant dieses Schiffs werde ich nicht zulassen, dass jemand diese Mission gefährdet. Ganz egal, für wie wichtig er oder sie sich hält. Ähm, absolut. Gut, das wäre alles, Soldat. Dein Befehl lautet, dich für die Ansprache zum Befehlsdeck zu begeben. Danach möchte sich Ältester Maxon mit dir unterhalten. Wenn du noch Fragen hast, dann stell sie jetzt. Ansonsten kannst du wegtreten. Kannst du mir mehr über Ältester Maxon sagen? Ältester Maxon ist der Oberbefehlshaber der Bruderschaft. Ohne seine Beharrlichkeit und seine Vision wären wir noch immer eine kleine Gruppe Überlebender, die sich in der Zitadelle im Ödland der Hauptstadt verkriecht. In nur einem Jahrzehnt hat er die stählerne Bruderschaft zu einem militärischen Machtfaktor gemacht. Er ist ein Vorbild für uns alle. Gibt es sonst noch was? Wo bekomme ich eine Powerrüstung? Nur Rittern ist es gestattet, die Powerrüstung der Bruderschaft zu tragen. Und du bist kein Ritter. Noch nicht. Bis Ältester Maxon dich in diesen Rang befördert, wirst du mit dem auskommen müssen, was du hast. Sonst noch was? Wie lauten meine Befehle? Dein Befehl lautet, dir die Ansprache von Ältester Maxon anzuhören. Toll. Alles gut. Ich habe keine Fragen. Dann empfehle ich dir, dich direkt zum Befehlsdeck zu begeben. Weg treten, Anwärter. Ei, ei. Hallo. Ich mach's immer wieder. Oh Gott, hier oben ist er. Ich weiß schon. Schönen guten Tag. Brüder und Schwestern, der Weg, den wir zurückgelegt haben, war lang und beschwerlich. Unsere Ankunft im Commonwealth verlief schnell und reibungslos. Damit hat jeder einzelne von euch meine Erwartungen übertroffen. Ihr habt diese große Tat vollbracht, ohne ihren Zweck zu kennen. Und noch beeindruckender, ohne sie je in Frage zu stellen. Jetzt, da das Schiff sein Ziel erreicht hat, ist es an der Zeit, den Zweck unserer Mission zu ob... Unter dem Commonwealth wuchert ein Geschwür, bekannt als das Institut. Ein bösartiger Tumor, der herausgeschnitten werden muss, bevor er zutage tritt und alles verseucht. Sie experimentieren dort mit gefährlichen Technologien, die zum zweiten Mal in kurzer Folge zum Untergang der Welt führen könnten. Die Wissenschaftler des Instituts haben eine Waffe entwickelt, deren Zerstörungskraft sogar die der Atombombe übertrifft. Sie nennen ihre Schöpfung Sünd, eine Roboterperversion der Technologie. Mit freiem Willen und in Gestalt eines Menschen. Der Gedanke, dass eine Maschine einen freien Willen hat, ist nicht nur abstoßend, sondern auch extrem gefährlich. Und wie die Atomkraft hat auch diese Erfindung das Potenzial, uns zu vernichten, wenn sie nicht richtig genutzt wird. Ich werde nicht zulassen, dass das Institut diese Experimente fortsetzt. Daher erkläre ich das Institut und ihre Sünds zu Gegnern der stillenden Bruderschaft, die rasch und ohne Gnade ausgeschaltet werden sollten. Dieser Feldzug wird kostspielig sein. Und viele werden ihn mit dem Leben bezahlen. Aber am Ende werden wir die Menschheit vor ihrem größten Feind bewahren. Art Viktoriam! Art Viktoriam! Art Viktoriam! Kaum zu glauben, dass Supermutanten früher Menschen waren. Wie konnte die Wissenschaft nur derart versagen? Hm, tja, hm. Also ich bin schon wieder level ab. Warte mal. Ich quatsche erstmal mit dem Jungen. Ah, oh! Mir ist das Schicksal der Leute des Commonwealths wichtig. Das sehe ich. Sie spielen mit dem Feuer und wir müssen sie retten. Ganz genau. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu spät sind. Ich weigere mich zuzulassen, dass sich die Fehler der Vergangenheit wiederholen. Was wollen sie von mir? Ich will, dass sie Verantwortung für diesen Planeten übernehmen. Dass sie anfangen, etwas zu bewegen. Und wie ich so in Paladin Danzes Bericht gelesen habe, haben sie diesen Weg bereits eingeschlagen. Da er einer meiner angesehensten Offiziere im Feld ist, könnten sie kaum eine bessere Empfehlung haben. Aus diesem Grund befördere ich sie hiermit zum Ritter. Zusammen mit ihrem neuen Rang erhalten sie eine Powerrüstung, die sie auf dem Schlachtfeld schützen wird. Tragen sie sie mit Stolz. Ich werde mein Bestes geben, den Erwartungen gerecht zu werden. Davon bin ich überzeugt. Wie auch immer, wenn sie sich mit der Pritwin und meinem Stab vertraut gemacht haben, melden sie sich auf dem Flugdeck. Soldats, willkommen an Bord der Pritwin. Erfüllen sie uns mit Stolz. Öffne deine persönlichen Lagerbäder. Wir haben eine Z-Verschiebung von 3%. Empfehle Schubanpassung. Das Array wird noch immer von Streufungssignalen gestört. Versuche sie... Hier geht's ab, ey. Ei, 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 ei. Alles auf grün, Sir. Nichts Neues. Gut. Weitermachen, Ritter. Halleluja. Hier geht's ab, Mann. Ernsthaft. Wenn ihr was Verdächtiges hört oder seht, habt ihr die Pflicht, es sofort zu melden. Wir leben jetzt auf feindlichem Gebiet. Eure Wachsamkeit könnte über Leben und Tod entscheiden. Verstanden? Ja, Sir. Ja, Sir. Gut. Ad Victoriam knappen. Ad Victoriam. Ad Victoriam. Wegtreten. Gott sei Dank. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde, dass die Kinder hier... Und wie sah es da draußen aus? Wir haben viel Arbeit vor uns. Entschuldigung, Paladin Dance. Da bist du ja. Wie lief es mit ältester Maxon? Jojo. Er ist ein sehr entschlossener Mann. Er klingt als stünde er hinter allem, was er sagt. Natürlich tut er das. Wie könnte es auch anders sein? Ich hoffe nur, du verstehst, welches Risiko es für mich ist, dass du so schnell in unsere Reihen aufgenommen wurdest. Um es mal ganz direkt zu sagen. Wenn du Mist baust, sind wir beide geliefert. Ich werde dich nicht enttäuschen, Dance. Versprochen. Gut. Okay. Ich weiß, du bist heiß darauf, in deine Powerrüstung zu springen und den Kampf zum Institut zu tragen. Aber alles der Reihe nach. Um ein effektives Teammitglied zu sein, musst du dich auf dem Schiff auskennen und die Crew kennenlernen. Da ich dein offizieller Fürsprecher bin, würde ich dir empfehlen, mich mitzusetzen. Klingt gut. Auf geht's. Wunderbar. So, pressen, geht wieder an der Sanctuary, bitte. So, still in der Schatten. Schon wieder Level Up, bitte mal. Ich gratuliere zur Beförderung, Retour. Ich danke. Oh, Alter, warte auf mich. Nein, nein. Oh Gott. Mach keinen Scheiß. Wo, 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 was? Zwei in den Kopf und tot bleibt der Tropf. Gute Faustregel. Was ist das? Was ist das? Oh Gott, ich dachte schon, das hat mich allein gelassen. Achso, wie? Kommando Deck. Okay, ja, ey. Dann geh ich hier lang halt und so. Alter Falter. Ich weiß nicht, also, die sind schon sehr radikal, oder? Die, die Eis in der Burschaft? Also, die wollen halt letztendlich schon... Na gut, ich werde dann erstmal hier auf meinen... Ich will nicht selber fliegen. Hör auf. Ah, was, 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 wer schießt, was? Alter, was ist denn hier los? Was? Ihr seid ja drauf, ehrlich. Okay. Ja, cool. Ja, schön. Irgendwas sollte ich doch machen für den einen Typ. Aber ich weiß aber nicht, wo das war. Hier war es. Cambridge, College Square. Ich sollte zum College Square gehen und dort aufräumen. Aber das habe ich doch gemacht. Ich habe doch die komischen Räder da schon erledigt. Da war es mir jedenfalls schon. Ich weiß nicht, dass ich die Räder da schon erledigt habe. fliegen bei dem Pfeuer auch übelst schnell aber übelst schnell aber ihr kennt das sicher wenn man Freizeit hat vergeht die immer ganz ganz flott oh fuck wir sind viel Chance warte mal der hatte mir doch so ein komisches Ding gegeben der hatte mir doch so eine Waffe gegeben von sich ja das Ding was ist das ich probier an okay wir fliegen hier schon wieder rum wunderschön ah wer will was okay der ist tot ja so hier ist noch einer die lebt ja immer noch ah das liegt immer neben mir hör doch auf mit soem scheiß so ein scheiß so hier vorne oh das ist halt ihr Entschuldigung äh hä was das ist schon grad verämpelt das ist niemanden am Leben wir älterst am Ende da aufgepasst darf ich mal fragen warum du auf deine eigenen Leute schließt was immer so als zum intressel versteh ich nicht versteh ich nicht warum hat der auf seine eigenen Leute geschossen was war denn da los hm halen pass auf dich auf da draußen wir sind wohl nicht die einzigen die das Commonwealth nach diesen Artefakten durchkämmen da das steht wohl ja 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 vorne zu Stinkstiefel der mir war auch überlicht ja du bist immer noch hier keine Ahnung was die da oben in dir sehen vergiss es sie sind weg bin mir ziemlich sicher dass ich dir ein Gebiet zum säubern zugewiesen habe abmarsch ja wollte ich ja tun aber hm 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 wer die fängt wieder an die auf zu schießen versteh ich nicht keine Gefangenen keine Sicht auf das Ziel Was ist los mit euch? Ich verstehe nicht, was da gerade abgeht. Ich verstehe es echt nicht.